Willkommen Leute zu einem weiteren Deck-Profil und zwar dieses Mal zu meinem Gammelmonster Beatdown-Deck und ihr wisst Bescheid, ich liebe dieses Fun-Format. Ich habe es mir ausgedacht zusammen mit dem Yugi-Tuber RioNightmare, ein weiterer deutscher Yugi-Tuber, den ich schon sehr lange kenne. Und wir haben bisher auch schon neun Folgen, dieses Format ist hier quasi hochgeladen, dieses kleine Fun-Format ist. Gestern kam die neunte Folge, nach einigen Monaten Pause und ich dachte mir, ich zeige euch mal mein Deck. Und naja, die Restriktionen sind halt ziemlich umfangreich und das bedeutet, dass man quasi dieses Format hier so ein bisschen unter Retro-Bedingungen spielen muss, wenn man so viele Restriktionen hat, beziehungsweise das Spiel wird dadurch stark verlangsamt. Wir haben zunächst mal 21 Monster und zwar, naja, jeweils ein Monster mit 0 ATK, eins mit 100, eins mit 200, eins mit 300 bis hin zu 2000. Die Stufe ist vollkommen egal an diesem Punkt. Man darf also beispielsweise auch Stufe 12 Monster spielen, ist vollkommen irrelevant, solange man sie irgendwie beschwören kann. Man darf keine Ritual-Monster spielen, keine Panel-Monster, kein Extra-Deck, keine Burn-Karten und zudem halt nur maximal drei Karten pro Thema. Also wenn ich beispielsweise sagen möchte, okay, ich will hier Cosmo-Karten einbauen, dann maximal drei Stück. Man darf jede Karte nur maximal einmal spielen und die restlichen 19 Karten werden quasi aufgefüllt mit Zauber- und Fallenkarten. Die Ratio ist da vollkommen egal. Man darf beispielsweise 19 Fallenkarten spielen, das ist kein Problem. Und ja, man darf keine limitierten oder halblimitierten Karten spielen. Was das Ganze nochmal deutlich schwieriger macht, weil es gibt halt so Karten wie Seelenlast oder so, die einfach hier zu stark werden oder Wiedergeburt beispielsweise. Die wollten wir rauslassen. Und das waren quasi auch schon die Regeln. Es gibt allerdings noch ein paar Bonus-Regeln, die ich mir ausgedacht habe. Und zwar sind mittlerweile einige Karten in Gmb verboten, weil die einfach zu gut sind. Bestes Beispiel, Autorgeist, beziehungsweise vor allem Multifaker. Aber ich habe mal das gesamte Thema Autorgeist verboten, weil es ist wirklich zu gut. Ich muss sagen, Autorgeist hat Gmb komplett gepowercreept und das darf nicht sein, ja. Das ist viel zu krass gewesen, von daher muss ich diese Karten verbieten. Genauso wie die Zauberkarte Feuchtgebiete. Das ist eine Spielfeld-Zauberkarte, die gewisse Aqua-Monster und so um 1200 Punkte pushen kann. Und die hat die Monster so stark gemacht, teilweise, in einigen komischen Wasser-Gmb-Decks, dass das echt broken war, muss ich sagen. Also, ist ein bisschen lächerlich, aber ist wirklich so. Ich muss sagen, ich fand es zu stark. Ich habe es mal verboten, vorsichtshalber. Und was wir auch verboten haben, ist die Karte, beziehungsweise das ganze Thema Danger, ja. Bei Danger specialt sich halt selbst die ganze Zeit. Und das ist halt eine Art von Tempo, die in Gmb nicht erwünscht ist. Eigentlich nicht in der Form so krass. Und die ziehen dann auch noch Karten nach, ne. Deswegen specialen sie sich quasi for free teilweise. Und das ist nicht gedacht bei diesem Format, deswegen haben wir auch das so ein bisschen eingedämmt. Ansonsten kann man quasi hier alles spielen, was nicht von meinen Restriktionen betroffen ist. Und ich denke, das ist ein sehr cooles Format. Das Ding ist halt, es gibt quasi hier die Möglichkeit, ein Deck zu bauen, unter Retro-Bedingungen, mit neuen Karten, die neuwertig sind. Und man versucht quasi, in ein kleines Deck mit so vielen Restriktionen trotzdem noch möglichst viele kleine Engines unterzubringen, die irgendwie funktionieren. Und das tut man halt normalerweise, indem man einfach viele kleine Themen-Decks inkludet, mit maximal drei Karten. Ich beispielsweise spiele eine Cosmo-Engine, eine Predaplant-Engine, eine Musikalisch-Engine, eine Aqua-Actress-Engine, eine DD-Engine und so weiter, eine Graulien-Engine. Alles in einem Deck. Und das macht einfach mega Laune, sich sowas auszudenken. Und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt mal meine Deckliste. Und man darf übrigens nur maximal 40 Karten spielen, ja. Also keine 60 Karten oder so. Wir wollten nicht, dass man beispielsweise, ja, fast 40 Zauberkarten spielen kann. Das wäre ein bisschen blöd und nichts in der Sache. Also wirklich nur 40 Karten spielen. Und ja, ich spiele zunächst mal 21 Monster logischerweise. Und zwar spiele ich einmal den Dogfighter. Wir haben die Wicked Witch, dann haben wir Spino Dionea von Predaplant, dann haben wir die gute Didi is Silent, dann haben wir Aria, wir haben Farm Girl, Ice Hand, dann haben wir Thousand Blades, dann haben wir Didi Warrior, Amazonischer Tiger, dann haben wir die Graulien-Cobra, dann haben wir die Pump Princess, sehr coole Karte auf jeden Fall. Dann haben wir Kart KD, wir haben Schinkenretter, Muka Muka, Graulien-Alligator, dann haben wir die gute Flight Trap von Predaplant, die gute Tetra von Aqua Actress, sehr coole Karte, muss ich sagen. Ruko von Light Sworn, dann haben wir Predaplant, Sarah Sanient oder so, komische Aussprache und die wundervolle Karte Chaos Necromancer, die sehr stark werden kann. Dann haben wir elf Zauberkarten und zwar haben wir Hammerschuss, Spalt, Smashing Ground, Blitzeinschlag, MST, Twin Fister, Cosmic Cyclone, dann First Movement Solo, Aquarium Stage und die beiden Karten Moon Mirror Shield und naja, Orekalkos. Und dann haben wir noch acht Fallenkarten und zwar die Karten Heavy Stormduster, Webene Spiegelkraft, Spiegelkraft, Ertränkende Spiegelkraft, Torrential, Back to the Front, Oasis und Ruf der Gejagden. Warum spiele ich die Karten, die ich spiele? Ganz einfach? Ich habe wie gesagt versucht, sehr viele Engines quasi in ein Deck zu bringen, aber ich darf logischerweise jeden Angriffswert nur einmal nutzen. Und auch keine 50er Werte, keine Fragezeichenmonster oder so, all das ist verboten. Wir hatten zu Beginn mal erlaubt, dass man quasi Fragezeichenmonster spielen konnte, aber das war ein bisschen weird, ja? Das war eigentlich auch nicht so in der Sache, das haben wir dann gelassen. Und ich denke auch, dass 22 Monster vielleicht ein bisschen zu viel sind, ich finde 21 schon sehr viel, aber egal. Ja, ich habe mir gedacht, eine der besten Engines, die man spielen kann, ist auf jeden Fall Cosmo. Denn wir haben hier die Möglichkeit, einfach das Farmgirl zu spielen als 1.5 Monster. Ich würde gerne den Graulieren Adler spielen, aber geht deswegen nicht, wegen Farmgirl. Und wenn diese Karte hier Schaden machen sollte, dann darf man sich den hier raussuchen, und zwar den Cosmo Dogfighter. Dann kann man diese Karte hier weglegen, um das hier zu specialen von der Hand, den Dogfighter, und der hat 2.000 ATK. Und ruft in jeder Standby-Phase beider Spieler eine weitere Dogfighter-Spielmarke mit ebenfalls 2.000, 2.400, was unfassbar gut ist. Also das ist wirklich schon sehr schön. Und wenn die Karte sterben sollte, bekommt man eine Wicked Witch. Und die kann sich quasi schützen, und die hat 1.9. Das ist eine sehr, sehr coole Engine, wie ich finde. Denn, naja, du kannst es auch quasi anders nutzen. Du kannst beispielsweise auch sagen, wenn halt, naja, die Karte stirbt, kann man sich auch ein Farmgirl nehmen, und sich dann damit eine Wicked Witch nehmen. Das würde auch gehen. Man könnte allerdings auch sagen, okay, ich nehme mal die Wicked Witch und special den Dogfighter. Einige der Combos hören sich jetzt erstmal nicht so gut an, die ich erzählen werde heute, aber die können teilweise durchaus sinnvoll sein, in einigen Situationen, weil Gmb sorgt normalerweise für sehr viele komische Situationen. Eine weitere Engine, die sehr geil ist, ist auf jeden Fall die Prederplant Engine, weil die passt hier perfekt dazu, weil die eliminiert keine wichtigen Angriffswerte. Sowohl bei 1.8, als auch bei 400, als auch bei 100 gibt es jetzt nicht so wichtige Karten, die man unbedingt spielen möchte, und deswegen hat man halt die Möglichkeit, quasi diese Engine zu spielen. Die einzige andere Karte, die ich gerne spielen würde bei 1.8, wäre halt der Diabound Kernel, der echt gut kommen kann, aber ich finde die Prederplant Engine persönlich etwas besser. Das Ding ist halt, wenn diese Karte kämpfen sollte, dann darf sie das gegnerische Monster zu 1 machen, auch wenn sie den Kampf verlieren sollte, und dann ein Prederplant Monster vom Deck specialen. Und das kann entweder die Flight Trap sein, oder diese Karte hier. Und wenn diese Karte hier besiegt werden sollte, dann killt sie das gegnerische Monster und darf dann noch eine Prederplant Karte raussuchen, was sehr, sehr cool ist. Und wenn die Karte gespecialt kommen sollte, gewinnt sie den Kampf gegen das gegnerische Monster auch immer. Warum? Weil die Karte hier das Monster des Gegners, wie gesagt, auf 1 runtersetzt, und diese Karte hier gewinnt gegen Kampf gegen niedrigstufige Monster, was sehr schön ist. Sie kann selbst die Stufen allerdings auch runtersetzen, und meine Freunde, sie gewinnt dann an Stufen, also wird quasi immer gefährlicher. Diese Engine hier ist unfassbar cool. Und gerade bei 400 und bei 100 hat man eigentlich keine andere Wahl, ja? Die ganzen anderen Karten kommen nicht ansatzweise an die Prederplant Engine ran. Ich finde allerdings auch diese Engine nicht unfair. Das Ding ist halt, ich habe beide Engines relativ häufig auf der Hand. Das sind quasi meine Haupt-Engines in diesem Gmb-Deck. Aber Leute, jedes Mal, wenn ich sie ziehe, machen sie nicht instant das Spiel für gewöhnlich. Sie sind nur sehr gut. Also, sie machen meistens so ein Plus 1 oder 2 und sterben dann. Aber das ist gut genug. Ich bin vollkommen zufrieden damit. Aber sie sind nicht so broken. Das Ding ist halt, wenn man Altergeist spielt hier drin, das macht einfach alleine das Spiel. Das ist so gut. Viel zu krass. Aber das hier ist noch im Rahmen, wie ich finde. Also, es gibt auch ähnlich gute Sachen. Man kann echt ein bisschen sich überlegen, noch andere Sachen zu spielen. Aber ich muss sagen, das hier finde ich mit am besten. Aber gut, irgendeine Meta muss es immer geben. So, dann haben wir zwei DD-Karten. Und zwar haben wir den Asylum und wir haben die, die Warrior. Und ich könnte hier auch mal wieder DD, oh Gott, wie heißt sie? Warrior Lady, genau. Auch spielen mit 1,5. Aber wie gesagt, ich brauche das Farm Girl. Und ja, beide können quasi Monster des Gegners banischen, wenn sie sterben sollten. Nur leider macht die Karte das hier quasi immer, wenn sie kämpft. Und das ist halt nicht so toll. Aber was soll's. Ja, bei 1,2 gibt es nicht wirklich Konkurrenz. Ich muss sagen, diese Karte hier ist, wie ich finde, das beste 1,2 Monster für GmbH. Das ist kein Thema. Aber das ist nur meine Meinung. Die müsst ihr nicht teilen. Was ich dann spiele, ist eine musikalische Engine, die richtig geil kommen kann. Das Ding ist halt, wir haben die Karte Aria. Wenn die Karte gespechelt werden sollte, dann ist sie quasi geschützt vor Kämpfen und vor dem gezielt werden. Das heißt, die Karte kann dann nur noch geschossen werden durch halt so Sachen wie Spalt, Blitzeinschlag oder Torrential oder so oder Mirror Force. Wenn ihr die Karte also in Depth drehen solltet, ist die Karte fast nicht mehr zerstörbar. Es gibt kaum noch Outs dagegen. Und ich spiele halt die Karte Solo aus dem ersten Satz. Sehr coole Karte. Kann die Aria bei einem leeren Board direkt aus dem Deck specialen und damit sofort ihre Schutzeffekte aktivieren. Und ich spiele insgesamt drei Karten, die die Karte hier ohne Probleme wiederholen können. Und zwar Back to the Front, Oase und Huf der Gejagden. Und das Schöne ist halt, wenn ich mal nicht die Aria haben sollte im Grave, sind die drei Karten hier, trotzdem nicht schlecht. Auf gar keinen Fall. Also, die sind nach wie vor gute Yu-Gi-Oh! Karten. Aber die sind halt hauptsächlich im Deck wegen halt dieser Aria-Kombo. Weil wenn der Gegner einmal die Aria outen kann, wird es sehr schwierig für ihn, das quasi nochmal zu tun. Und deswegen ist es halt sehr schön, die Karte mehrfach holen zu können mit diesem Effekt. Und deswegen ist die Karte so unfassbar gefährlich. Und kann die Gegner auch teilweise mal Deck-Out ziehen, was in Gmb gar nicht mal so selten vorkommt. Dann haben wir die Eishand. Ich muss sagen, ich würde sehr, sehr gerne auch die Feuerhand spielen. Aber, naja, ich spiele halt die Aria, ne? 1,6 ist belegt. Und wenn die Karte sterben sollte, darf sie auch, wenn sie keine Feuerhand holt, eine Backrow crushen. Und das reicht mir. Ich würde sagen, das ist für 1,4 vollkommen solide. Es gibt da nicht wirklich viel Konkurrenz, die ich unbedingt spielen wollen würde. Deswegen würde ich sagen, das ist ein weiterer MST durchaus wertvoll. Denn Backrow ist in Gmb unfassbar gefährlich teilweise. Vor allem halt durch so Karten wie TT, die man mittlerweile auch in Gmb spielen kann, weil die Karte jetzt auf 3 gegangen ist. Dann haben wir die Karte Thousand Blades. Und das ist eine sehr schöne Karte für 1,3. Weil die Karte kommt jedes Mal wieder, wenn man Schaden erhalten sollte. Und das passiert nicht selten. Denn du bekommst halt für gewöhnlich in Gmb immer mal wieder so ein bisschen Schaden. Immer so 1000 Punkte, dann da mal 800, dann mal 500. Und jedes Mal kommt diese Karte wieder von Grave und hat 1,3. Das ist für Gmb-Verhältnisse überdurchschnittlich. Und deswegen ist die Karte so gut. Und wenn man die Karte ausrüsten sollte durch sowas hier, gewinnt sie sogar jeden Kampf. Und, naja, wenn man sowas draußen liegen hat, hat sie jedes Mal 1,8. Was sehr gefährlich ist für den Gegner, weswegen auch das Aurekalkos-Siegel auf jeden Fall hier staple ist. Also, ja, das ist einfach eine sehr schöne Kombo. Aber generell ist Aurekalkos natürlich auch so sehr schön. Und die Karte hier ist eigentlich ein Must-Have, wie ich finde, in Gmb. Die ist schon sehr, sehr gut. Dann haben wir leider ein Sorgenkind. Und zwar Amazonischer Tiger. Der geht zwar normalerweise auf 1,5 hoch, wenn nicht sogar auf noch mehr. Aber er ist nur ein Beatstick. Es gibt allerdings per 1100 so gut wie kein einziges gutes Monster. Ich habe alles durchgelesen. Ich finde nichts Besseres. Wirklich. Also, das ist ein bisschen traurig. Aber ich habe es ja auch in den Kommentaren oder in den Gmb-Videos nie einen besseren Vorschlag gesehen. Von daher gehe ich mal davon aus, dass diese Karte hier aktuell noch das beste 1-1er-Monster ist für Gmb. Bisschen traurig, aber ist so. Dann haben wir die wundervolle Karte Graulieren-Cobra. Und auch den Graulieren-Alligator. Wenn die Karten sterben sollten, dürfen sie quasi Monster des Gegners übernehmen. Und Cobra triggert quasi bei Kampf, wenn sie durch Kampf sterben sollte oder durchfallen. Und Alligator triggert noch halt bei Zauberkarten. Ich würde sagen, das ist ganz solide. Ich würde sehr gerne noch den Adler spielen. Aber wie gesagt, kann ich nicht machen. Ich brauche halt diesen Slot für andere Monster. Und ja, deswegen kann ich es nicht tun. Aber ich würde sagen, zwei Graulieren-Karten sind auf jeden Fall trotzdem sehr stark. Und können teilweise auch das Spiel für sich entscheiden, wenn sie wertvolle Monster klauen können. So. Ist auch teilweise ein sehr guter First-Turner beispielsweise, einfach mal so eine Graulieren-Karte hinzusetzen. Weil dann verliert der Gegner sehr schnell mal direkt seinen besten Beat-Stick. Dann haben wir die Pump-Princess. Und wenn die besiegt wird, dann bleibt sie in der Spell-Trap-Zone liegen. Und decreast quasi jede Runde etwas mehr die gegnerischen Monster. Was teilweise richtig gefährlich werden kann. Wenn die Karte mal so 6-7 Counter hat, kann der Gegner quasi keinen einzigen Kampf mehr gewinnen. Und die Karte macht danach immer noch weiter. Der Gegner muss die Karte quasi irgendwann schießen. Und deswegen konsumiert die Karte quasi einfach so ein MST. Der Gegner muss den einfach wegwerfen. Und das macht diese Karte so gut. Er muss sie erst besiegen. Sie ist gar nicht mal so schwach mit 900. Das ist eigentlich okay. Und dann, naja, muss er sie nochmal schießen. Und ich würde sagen, das ist für 900 auf jeden Fall die beste Gmb-Karte, die man haben kann. Meine Meinung. Aber ist eine schwierige Entscheidung. Dann haben wir Kart-KD. Und das ist auch mal wieder so ein Sorgenkind. Ich muss sagen, das ist so ein bisschen die schlechteste Karte in meinem Deck. Ich finde einfach Kart-KD eh nicht gut. Das Ding ist halt, du möchtest im Gmb für gewöhnlich deine Draws mitnehmen. Klar, das ist immer schön. Aber du möchtest auch jede Runde angreifen. Also wirklich fast immer. Weil das Duell halt für gewöhnlich so krass hin und her geht. Und deswegen ist es halt nicht so geil, wenn du da eine Karte hast, die einfach mal deine Runde beendet, um plus 1 zu gehen. Und deswegen würde ich sagen, ist die Karte hier nicht optimal. Aber für 800 habe ich aktuell nichts Besseres gefunden. Deswegen würde ich sagen, ist es okay. Gibt schlechtere Karten. Dann der Beschinkenretter. Das ist quasi so eine Art Necrogartner. Once per Duel. Ist aber egal, weil wir die Karte logischerweise sowieso nur einmal spielen. Kann quasi einmal einen Kampf aufhalten im Grave. Ist ganz gut. Dann haben wir Muckamucka. Und das ist so ein bisschen meine zweitschlechteste Karte. Ich würde sagen, ist meine schlechteste. Aber sie ist halt für gewöhnlich auch mal stärker ab und zu als halt sowas hier. Und teilweise auch besser als sowas hier. Und sie kann recht stark werden, basierend auf der Handkartenanzahl. Und bei 600 gibt es wirklich nur Müll. Also das ist wie bei 1-1. Es gibt teilweise noch Werte bei GmbH, die sehr schlecht supportet sind. Und da ist es halt schwierig, teilweise gute Monster zu finden. Und ich würde sagen, Muckamucka ist da auf jeden Fall mit das Beste, was man haben kann. Dann haben wir Tetra. Und da kommen wir auch schon zu der nächsten Engine. Und zwar kann diese Karte hier eine Aquariumkarte raussuchen. Und zwar diese wunderschöne Karte hier. Die Stage. Und die schützt quasi alle Wassermonster. Vor dem Durchkampf zerstört werden. Und das sorgt dafür, dass der Gegner quasi an Tetra nicht mehr vorbeikommt. Außer mit Wassermonstern. Und ich spiele dafür gewöhnlich. So gut wie gar nicht. Von daher ist es auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Engine. Die wird allerdings sehr gerne mal geoutet durch halt irgendwelche Graulierenkarten. Weil die halt sehr gerne gespielt werden von vielen GmbH-Spielern. Aber das passiert halt, ne. Aber dann muss der Gegner quasi seine Graulierenkarte offen ausspielen. Und dann ist sie keine Gefahr mehr. Beziehungsweise sie kommt nicht mehr überraschend. Der Gegner muss sie dann quasi ausspielen und ist geforst dazu. Das ist eigentlich ganz cool. Dann haben wir Rüko. Und das ist quasi eine Art, ja, Man-Eater-Bug. Schießt eine Karte. Auch zu bahnfallen Karten. Vergisst man schnell mal. Mild allerdings auch leider drei Karten. Und das ist echt scheiße, muss ich sagen. Also man milzt bei auch manchmal gute Karten. Keine Frage. Kann passieren. Aber, naja, das Deckout ist in GmbH durchaus eine wichtige Sache. Wie gesagt, teilweise sind Stall-Karten hier sehr gut. So Sachen wie halt Aria. Und das man ein bisschen Deckout spielt, ist keine Seltenheit. Und dann drei Karten gemild zu haben, einfach so, kann teilweise blöd kommen. Vor allem, wenn du beispielsweise auch irgendwelche Engine-Karten milzt, die du gar nicht milzen wolltest. Aber für 200 ATK, was willst du sonst spielen? Ja, ich würde sagen, Rüko ist trotzdem die beste Karte, die du haben kannst. Dann haben wir, wie gesagt, diese Predator-Plant hier. Und dann haben wir noch die Karte Chaos, naja, Necromancer. Die Karte bekommt 300 ATK für jedes Monster im Grave. Und wie gesagt, die Duelle hier sind unfassbar lang. Und wenn ihr beispielsweise 10 Monster im Grave habt schon, dann hat die Karte hier bereits 3000 ATK. Das für GmbH-Verhältnisse einfach nur broken ist. Also damit kann man durchaus mal OTKs raushauen, beziehungsweise einfach überraschendes Game-Stil. So. Dann haben wir diverse Zauberkarten, die Karten schießen können. Ich würde sagen, die sind Staple. Hammerschuss und Spalt und Special Grounds sowieso. Die kommen jedes Mal gut, also wirklich in jedem Duell. Absolut geil. Und Blitzanschlag ebenfalls. Die Karte geht leider erst mal minus 1 durch das Abwerfen von der Karte. Aber sie kann noch mehrere Monster schießen. Und dann geht sie teilweise neutral oder sogar plus. Und naja, gerade gegen so Karten wie halt beispielsweise Aromakrug oder Spirit Reaper. Oder beispielsweise auch die Aria. Kommt das unfassbar geil. Und da Rageki logischerweise hier verboten ist, weil Rageki auf 1 ist. Und deswegen nicht gespielt werden kann im GmbH. Ist das hier, würde ich sagen, so ein bisschen die nächstbeste Karte, die man spielen kann, um das zu ersetzen. Dann haben wir logischerweise ganz viele MST-Arten. MST, Twin Twister, Cosmic Cyclone. Und naja, Happy Storm Duster ebenfalls. Um Backrow loszuwerden. Zusammen mit der Ice Hunt haben wir so quasi 5 Karten, die gegen Backrow vorgehen können. Ich würde sagen, das ist genug. Also 3 sollte man mindestens spielen. Aber ich würde sagen, 5 Stück ist noch besser. Weil Backrow ist, wie gesagt, im GmbH unfassbar gemein. Ich meine, schaut euch das an. Hier sind richtig krasse Karten dabei. Dann haben wir wie gesagt, diese Karte hier und das hier, haben wir schon besprochen. Wir haben ein Spiegelschild, dürfte klar sein. Damit gewinnst du quasi jeden Kampf. Und die Karte hier, rette dich vom Deckout. Weil man die Karte immer wieder aufs Deck legen kann. Ich hätte gestern beispielsweise fast gegen Rio verloren, gegen Deckout. Aber ich konnte durch diese Karte hier quasi immer wieder Deckkarten zurückgewinnen. Und irgendwann sogar den Gegner zum Deckout zwingen, beziehungsweise ihn diesen androhen. Und das kam für Rio beispielsweise ziemlich überraschend. Also das kann echt gut kommen. Und ich würde sagen, das ist eine Karte, die ist fast schon Staple im GmbH. Ich finde sie sehr schön. Und naja, auch Rekalkos ist klar. Landform ist leider mittlerweile nicht mehr erlaubt. Weil Landform ist auf 2 gegangen. Deswegen ist die Karte nicht mehr im GmbH erlaubt. Aber ich würde sagen, die Karte ist trotzdem noch sehr gut. Und man sollte sie auf jeden Fall spielen. Broken ist sie allerdings nicht. Sie ist zwar nicht so leicht zerstörbar. Aber naja, 500 Punkte ist jetzt auch nicht gerade die Welt. Man kann auch die Karte würde des Mächtigen spielen. Aber ich finde das hier etwas besser, weil sich die Karte auch schützen kann. Aber das ist nur meine Meinung. So, dann haben wir ganz viele Spiegelkräfte. Ich muss sagen, die kommen immer wieder sehr gut mit den besten Karten im GmbH. Aber Leute, naja, auf gar keinen Fall die Storming Mirror Force spielen, weil die ist scheiße. Das Ding ist halt Storming. Kann zwar die Aria outen und auch noch ein paar andere Monster. Aber die Storming bounced auf die Hand zurück. Und das ist kein Kartenvorteil. Das ist kein Kartenvorteil. Der Gegner kann die Karten einfach wieder normeln und sie sind wieder da. Und du möchtest in GmbH auf gar keinen Faminos gehen. Das ist wie im Goat-Format. Du willst das einfach nicht tun, weil du wirst dann wahrscheinlich irgendwann verlieren. Und deswegen ist Storming, wie ich finde, überhaupt keine gute GmbH-Karte. Würde ich lassen. Die drei anderen Spiegelkräfte sind wesentlich besser. Und ich spiele jede einmal, weil logischerweise kann ich die jeweils nur einmal spielen. Dann haben wir TT. Die Karte ist mittlerweile auf drei. Und deswegen absoluter Staple in GmbH. Das ist klar. Mit die beste Fallenkarte im Deck. Und dann haben wir logischerweise noch die drei Wiederbelebungskarten. Ich würde sagen, das war's für heute. Es ist auf jeden Fall ein sehr cooles Deck, wie ich finde. Wie gesagt, ich habe sehr viele Engines hier untergebracht. Und es gibt bestimmt auch ein bisschen mehr. Vorschläge gerne in die Kommentare. Ich habe hier lange dran gesessen, lange dran gefeilt. Immer wieder neue Karten ausprobiert. Und ich muss sagen, das hier ist so ein bisschen meine Musterlösung. Aber wie gesagt, Vorschläge sind sehr, sehr gerne gesehen. Ich hätte gerne noch ein besseres GmbH-Deck. Also wie gesagt, seid kreativ. Und dann würde ich sagen, könnt ihr mir auch gerne mal komplett andere GmbH-Listen schreiben. Wo man quasi auf ganz andere Themendecks setzt und so. Es ist ja nicht die einzige Lösung, die ich hier habe. Es ist ein sehr kreatives Format. Da kann man vieles ausprobieren. Aber wie gesagt, auch Ritualmonster und Pendelmonster sind hier verboten. Das vergisst man schnell mal. Ich hätte beispielsweise auch sehr gerne bei 800 unter anderem, naja, die Karte Exzentrik gespielt. Aber geht nicht. Weil, okay, das wäre ein MST. Vielleicht ein bisschen Overkill, aber wäre besser gewesen als Karte KD. Aber nein, das ist ein Pendelmonster. Deswegen, also achtet genau auf die Regeln. Schaut sich im Westen nochmal an, die Regeln, die ich am Anfang gesagt habe. Und dann versucht man ein Deck hier rumzubauen. Das macht sehr viel Spaß. Und gegen Freunde ist dieses Format hier unfassbar cool. Und 60 Runden-Duelle sind keine Seltenheit. Wirklich sehr cooles Format. Und es macht mir bis heute sehr viel Laune.